Liebe Damen und Herren, liebe Fuchsmusikfreunde und Freundinnen, liebes Fanpublikum und Unterstützer, Wegbegleiter vom Fuchs Josef, heute ist jetzt der große Moment gekommen, wo der Josef nach vier Jahren anstrengender Übung und anstrengendem Studium jetzt uns zeigen wird, was er alles gelernt hat im Tiroler Landeskonservatorium und seinen Abschluss macht im IGB Theatomische Harmonika. Ich darf bei der Gelegenheit meinen Vorgänger als Fachbereichsleiter in Otto Ernst, also begrüßen, sonst sieht man ihn ja nicht mehr am Konservatorium und im Haus der Musiker auch nicht. Herzlich Willkommen. Ich darf einfach mal kurz die Prüfungskommission vorstellen, die Hauptfachlehrerin von Josef, die Johanna Dumfart, Frau Professor Johanna Dumfart und Frau Professor Anna Maria, ja, habe ich nicht gelernt, steht in was Anna Maria, Fritz und Beigewenigkeit werden dann das beurteilen. Und ja, ich würde sagen, wir wünschen dir jetzt nochmal einen kräftigen Auftrittsablaus und freuen uns auf ein schönes Konzert und dir wünsche ich alles, alles Gute. Danke. Applaus Applaus Musik 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 Amen. 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 Applaus 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 Musik 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 Applaus Musik Ja mit der 7. Partie werden wir jetzt das letzte Stück machen, das ist die Imker Wolka vom Osspanz und da möchte ich die Gelegenheit nutzen und mich ganz herzlich bedanken, dass ihr so gekommen seid. Ich habe mir viel Freude, dass ihr Leute da seid und jetzt ein 5 Jahr Studium vorbei in Innsbruck. Da möchte ich meine Lehrerin Diana bedanken für die 5 Jahre und für den Subunterricht und jetzt eine gute Unterhaltung mit dem Imker Wolka. Musik 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 Applaus Ja, bevor der Applaus jetzt noch in euren Zugaben auseutet, müssen wir das jetzt beenden. Josef, 4-5 Jahre studiert man und so schnell ist er wieder vorbei. Das ist wirklich ein wunderbares Konzert gewesen. Großen Dank auch deinen Mitspielern, der Julia und der Magdalena und Josef und Lukas und die Xaver. Schön war's, wir werden uns jetzt ein bisschen zurückziehen. Also eigentlich bleiben wir schon, das Publikum zieht sich zurück. Und dann werden wir, glaube ich, gleich mal dieses Ergebnis noch finden können. Danke schön und danke, dass wir uns einen Applaus haben. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.